Vor fünf Jahren hatte ich die Einladung in der Hand vom TSV 2 von BWK Arena Cup und der wurde damals noch nicht einmal ausgetragen, das war nur die Idee mit den Vorschlägen und das war eine ganze Liste, was da drauf stand, da kann ich mich erinnern an Live-Untertragung beim Messen der laufenden Spiele, sämtliche Specials waren drauf und ich bin gleich zu uns im Administrator und habe gesagt, das ist sehr interessant, wir müssen da zusagen, das wird mit Sicherheit so, dass dort die besten Mannschaften spielen werden und wir brauchen da nicht warten, wer alles zusagt, wir wollen da einer der Ersten sein und waren einfach von der ersten Sekunde überzeugt, dass das eine gute Geschichte wird und alles hat sich bestätigt, das ist die fünfte Anfrage, die du bist das fünfte Mal dabei, also jedes Jahr auf dem BWK dabei sein zu dürfen, vor allem hängen die hinzu, das ist ein riesiges Erlebnis, auch unsere Spieler, die in der Vergangenheit schon hier mitgespielt wurden, erzählen unseren Spielern, die noch nicht dabei waren, aber wie wir dieses Spiel ist, da gibt es das eine oder andere Spiel, was man sich enthält und das ist auch eine der Einzelne, die mögliche Grundstände an den Spielern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020